Ura! Hallo, hallo! Willkommen zu der Papel im Sneakerband! Du bist extra hergekommen, Kaffee! Nix! Pschik! Servus, Leute, was geht ab? Ich bin Anrkan, Döndarjo! Tiritit! Das war der Blaze, den werdet ihr auch gleich sehen. Ich muss kurz in die Werkstatt. Unser geliebtes Auto dort lassen. Und danach geht's nach Kaiserslautern. In die Sneaker-Messe. Das hat mir der Blaze gesagt. Dann hab ich gedacht, ey, Bro, ich komm mit. Pschik! Endlich ist er gekommen. Endlich! Ich bin eingefroren einfach. Aber es ist schon okay, Bruder, ja. Sorry, Bruder. Das bist du. Du darfst es. Jetzt müssen wir erstmal abchecken wegen Tickets. Nee, ich hab die Tickets. Jawohl! Ey! Auf geht's nach Kaiserslautern! Darf ich die Schuhe überhaupt anfassen? Ja, darfst du. Wie nennt man dich? Sneaker-Dorn. Und? Beste Dorn. Und? Schnäppchen-Dorn. Schnäppchen-Dorn. So, wir sind jetzt angekommen hier in der Nähe von Kaiserslautern. Wir gehen jetzt auf eine Sneaker-Convention. Ich hab gedacht, ich nehm dich mal heute mit, weil du interessierst dich auch ein bisschen für das Zeug. Ich geb dir mal so einen kleinen Einblick in meine Welt. Ja, ich sag dir. Ich bin mal voll gespannt. Das ist auch eine kleine Veranstaltung. Also das ist jetzt nichts Öffentliches so. Da kommt man eigentlich nur mit Einladung rein. Ich nehm dich jetzt mal damit rein und dann siehst du mal die kranke Welt. Ich wollte immer mal so VIP sein. Ich hab irgendwas am Auge. Auge wie Engel. Ich muss ganz kurz auf Blaze jetzt warten. Ich bin ihm wirklich dankbar, dass er mich mitgenommen hat. Ohne ihn wäre ich auf sowas niemals gekommen. Ich liebe Schuhe, ja. Bei Blaze ist es halt so, der hat halt voll die Ahnung von Schuhen. Deshalb Sneaker-Dorn, Schnäppchen-Dorn, Blaze-Dorn. Wir sind jetzt drin. Ich sag euch ehrlich, bei mir zu Hause sieht es genauso aus. Wir sind noch hierher gekommen, um Schuhe anzuschauen, gell? Aber wir wollen auch ein paar verkaufen. Willst du Extensions? Nee. Welche willst du verkaufen, welche hast du? Achtung jetzt, Achtung. Hallo. Sehr sympathisch. Der erste Schuhe ist der rechte, ja. Echt? Stark, ey. Wir haben jetzt einen Bruder gefunden, der lässt den einfach nicht in Ruhe wegen diesen Schuhen. Bei dem ersten waren wir und der hat direkt gesagt, bevor er die ausgepackt hat, ey, das ist viel zu teuer. Dann haben wir einen Bruder gefunden und der hat gesagt, ey, ich will die direkt. Die Schuhe sind sehr, sehr wertvoll. Offiziell Unterschrift gesetzt. Die Marke muss man ja beibehalten mit Dönder Joe. Wir sind eigentlich gekommen wegen Schuhe. Funko. Funko Pops. Funko Pops. Hab ich alles. Genau wegen diesem guten Mann. Würde ich jetzt kaputt geworden dadurch, Mann. Guck mal, wie geil die aber aussehen. Soll ich mir jetzt gönnen oder nicht? Oh, dude, that shit. Oh, nice, nice. Especially for Vlogs. Nice, ey? How much are Vlogs? He said, who, but where? Irgendwie feier ich die alle hier grad. Sind alle voll sympathisch. Und die nächsten, die fasziniert sind. Der ist wieder am Verhandeln. Was soll ich mit diesem Moment machen? Wir sind kurz raus. Es ist Stunde der Wahrheit. Der Blaze muss sich von seinen Schuhen trennen. Er muss nicht, Bruder. Die Angebote sind zu gut. Du hast auch gesehen, wir sind da reingelaufen, wir haben die Schuhe ausgepackt. Auf einmal sind alle hinterher gelaufen. Als ich diesen Schuh gesehen habe, ich sage es euch ehrlich, ich habe keine Ahnung gehabt. Auf jeden Fall gehen wir jetzt rein. Da ist er. Bist du traurig? Nö. Ich habe noch genug andere. Überhaupt gar nicht. Hast du noch mal so einen? Ich habe den noch mal doppelt. Boah, Bruder, soll ich dir eine geben oder jemand anderen doppelt? Hätte ich damals auf dich gehört. Jetzt ist es zu spät. Zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, hat man Schuhe gekauft, weil man sie tragen wollte und weil man das gefeiert hat. Die ganzen Kids kaufen Schuhe, weil sie sie weiterverkaufen wollen. Ich habe verkackt, offiziell. Jetzt ist es gleich soweit. Das wird es tun. Bruder, wo sind deine Schuhe? Ich habe sie gerade verkauft. Ich bin im Gefängnis. Jetzt gehen wir ein bisschen weinen. Da ist der Glückliche. Da ist er, der Glückliche. Perfekt. Wirklich. Hey, Bruder, ich sage gerade zu. Wirklich. Heimloses. Hat auf die Schuhe auf. Und wir sehen uns. Ihr seht nichts weiter. Ich will nur eins Heidelberg oben sehen. Der Blaze hat mich jetzt abgelassen. Ich muss jetzt diese Treppen laufen. Boah. Guck mal, die Treppen. Wer wirklich Schuhe feiert, der sollte zu so einer Messe gehen. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt so Sneaker-Messen und so gibt. Und ich denke, ich werde bald noch mal gehen. Bescheid. Ich. Ich.